wow leute es ist einfach unglaublich was gerade alles passiert ich bin jetzt auch noch für den bambi nominiert und ich würde mich so sehr freuen wenn ihr alle für mich voten würdet erstmal european bau und jetzt auch noch der bambi das ist einfach wirklich unfassbar wenn ihr für mich wartet müsst ihr unbedingt die e-mail bestätigen sonst zählt ich würde mich so sehr freuen team singer das haben wir gemeinsam geschafft